Oh, die passen hier doch gar nicht rein. Geht das da rein? Was soll ich hier machen? Chat, habt ihr was gelesen, was hier zu machen ist? Token gefunden. Empty. Bett wegziehen, um... Haben wir unter dem Kissen was gefunden? Hm-hm. Hm-hm. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, es wird kompliziert. Na, mach dich auf. WTF? WTF? Kann ich damit graben? Na. WTF? Oh, kaputt gegangen. Na, die Steine hier was zu bedeuten? Was haben wir hier? Da brauchen wir, glaube ich, was für ein Schloss. Ja. Also, Chat, falls jemand von euch das Spiel hat, das kann man auch zu zweit spielen. Könnte man sich so ein bisschen beratschlagen, was wir an wo. Hier muss was eingesetzt werden. Oder dran. Mit der Lupe soll ich die Statuette... Hmm. Ist ja mir da irgendwas gefallen. Ich check's nicht. Das ist Pin-Mode. Okay. Kann ich das hier an die Wand pinnen oder was? Nee. Ähm. Oh, ist schon die ganze Zeit da? Nee? Okay. Das Ding dort oben ist jetzt wieder weg. Äh, 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 ich sollte das Zeichen in der Orgeologie nachgucken. Das ist aber dran gewöhnen hier. Ich glaube, das ist das falsche Buch. Was ist denn das Meer? Nee, hier. Dunkelheit. 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 Okay, da brauche ich noch eine zweite Hälfte. Was zum Teufel soll ich mit der Schaufel? Okay. Okay. Ich glaube, das ist der Fall. Da ist kein Mälzel. Ich habe bloß noch siebeneinhalb Minuten verflucht. Er sagte mir aber, ich soll mit der Lupe das Innenbild angucken. Ist das ein Nupsi für hier drauf? Nee. Den muss ich da auch noch irgendwo herkriegen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann das Fernglas auch nicht so drehen, dass ich da mal ordentlich durchgucken könnte Das wird auch nur Pille Palle Kram sein, den kein Schwein braucht Das sind irgendwelche sinnlosen Stücke, die braucht keiner Das ist ja noch irgendwas hin, nee Das Symbol ist das Wir werden auch nicht umsonst das Buch haben Das ist ein sehr guter Einfall Da komme ich jetzt an die Sphinx einfach so ran Achso, muss ich drehen Okay, ich stelle die mal hier drauf Jetzt nehme ich die 5 Greifen Kann man die Lupe irgendwo befinden?